Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zeige ich euch noch ein so Mutmach-Büchlein. Ich habe euch ja schon etwas gezeigt, also eines davon, etwas detailgenauer mit allen Abmaßen oder Maßen. Das könnt ihr dann in dem anderen Video dann auch noch ansehen. Ich habe mich jetzt hier eher auf das Gestalten des Umschlages und der Innenseiten beschränkt. Das zeige ich euch jetzt. Und jetzt mal kurz im Durchlauf, im Kurzdurchlauf. Das ist ein schöner Spruch, den habe ich mir irgendwann mal aufgeschrieben. Und der ist sowas von wahr. Man verliert niemals seine Stärke. Manchmal vergisst man, dass nur das man sie hat. Ja, und so ist es auch wirklich. Manchmal vergisst man, dass man seine Stärke hat oder dass man gerade diese Stärke hat. Ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen, wie dieses Büchlein entstanden ist. Und über einen Daumen hoch, ein Abo und oder einen netten Kommentar von euch freue ich mich wie immer sehr. Ja, und schon geht's los. Ja, das ist jetzt soweit geschnitten, das zeige ich euch jetzt gerade nicht. Aber ihr habt es ja oder könnt es ja in dem anderen Video noch sehen. Ich verlinke euch dieses Video unten in der Infobox. Ja, hier seht ihr, ich klebe das jetzt zusammen, die Seiten, wie ich sie brauche. Und wenn ich das dann habe, lege ich ein Buch drauf und lasse das erstmal eine ganze Zeit lang trocknen. Hier habe ich mir meinen Geldruck vorbereitet. Also bereite ich jetzt vor und ja, ihr seht, das ist auf Butterbrotpapier gemacht. Und hier mein Buchcover und das lege ich praktisch jetzt nur da drauf, klebe es drauf. Und ja, lasse das erstmal etwas antrocknen und dann mache ich hier die Ecken weg, aber nicht alles. Lege erstmal die eine Seite drüber und dann falle ich die Ecken noch etwas rein, das Papier noch etwas rein. Dann bekommt ihr wunderschöne Ecken, die auch wirklich sauber sind und nicht das Weiße nicht durchscheint. Ja, ihr seht am linken oberen Rand links eben ein Haufen Schnipsel-Schnipsel. Die hebe ich einfach gerne auf, weil für so etwas sind diese wunderbar geeignet. Und ihr seht, das erste habe ich schon drauf. Es ist immer so ein Ausprobieren, ein Hin und Her probieren. Passt es, passt es nicht. Aber gerade das macht so Spaß, dann das Richtige rauszufinden. Genau für dieses Blatt, für diese Seite. Ich probiere wirklich alles aus. Alle Farben, alle Töne, weil es kann ja auch mal sein, dass ich sage, die Farbe ist zwar total anders, aber wunderschön dazu. Wie unten eben das mit dem Grün, das finde ich richtig klasse. Und rund ist sowieso immer gut, ihr kennt mich, ich liebe das Runde. Und auch mal die Hälfte oder wenn ich eine Rundung habe, dann nehme ich die andere Seite mit dazu. Das werdet ihr auch gleich nochmal sehen. Es muss halt alles richtig gut kleben. Das ist wichtig. Ja, wieder probiere ich aus. Nö, passt nicht. Wenn ich dann auch so mit den rechten Fingern immer so reibe, da ist bestimmt dann immer irgendein Kleber drauf, den ich damit dann wieder wegreibe, zumindest das meiste. Und hier seht ihr, da mache ich jetzt über die andere Seite drüber so einen Kreis. Der gefällt mir auf der anderen Seite ja genauso gut. Die Kreise kann man auch wunderbar übereinander legen. Ich habe das auch im letzten Buch gemacht. Probiert wirklich so lange hin und her, bis ihr sagt, yeah, das ist es, das gefällt mir jetzt. Und macht ihr wirklich so lange, bis es euch gefällt. Dann ist es nämlich genau richtig. Euch muss es gefallen, wie ich so oft sage. Euch muss es gefallen und niemand sonst. Seht es über mehrere Seiten drüber. Ihr seid da ganz frei. Ihr könnt da tun und lassen, was ihr wollt. Spielt mit den Formen. Spielt mit den Farben. Hier seht ihr, da habe ich so eine Ecke reingeklebt. Die sieht gar nicht, ja, die sieht man fast nicht. Aber die wird sich dann mit der Bemalung noch ändern. Und das ist auch noch ganz spannend. Also ich klebe mir erst mal die ganzen Formen auf, schneide mir das zu, klebe drüber. Hier seht ihr, hier habe ich einen Kreis. Da klebe ich dann nochmal das Grün mit dazu, obendrauf letztendlich. Ähm, ja. Dann habe ich hier auch nochmal so einen Rest. Da klebe ich praktisch die Rundungen hinten rein. Ja, probiere ich noch aus. Eher blau, eher das dunkle Rot. Nein, doch eher das Gelb, Orange Ton, eher Hautton dazu. Das klebe ich dann noch fest. Ja. Und dann, wenn das sehr, sehr gut getrocknet ist. Das ist immer sehr wichtig. Das muss wirklich sehr gut trocknen. Dann beginne ich auch schon mit dem Malen. Da fehlt mir noch was. Hm, bin noch nicht recht zufrieden. Aber, ja, hier ist jetzt alles gut getrocknet. Habe mir meine Farben vorbereitet. Und jetzt umrande ich erst mal die Schrift mit meinem goldenen Uni Signum. Und dann beginne ich auch schon mit dem Ausarbeiten. Und da das für mich wie eine Sonne aussieht, bekommt diese natürlich auch Strahlen. Ja, ich lasse euch jetzt zusehen, wie ein, ja, kleines Bildchen nach dem anderen entsteht. Wie sich das zusammenfügt. Wie man das verbinden kann. Und wie sich das dann, ja, fast unmerklich zu einem Ganzen verbindet. Also die aufgeklebten Sachen, die Schrift und eben dann der Hintergrund. Für mich ist das immer so ein Aha-Effekt. Und ich freue mich immer total darüber, wenn mir sowas gelungen ist. Wenn ich, ja, ja, ich habe einfach Freude dran, sowas zu machen, sowas zu kreieren. Und so ganz frei vor mich hin zu malen. Und die ganzen Blätter, die ganzen Farben, die ganzen Formen zu machen. Und, ja, und das einfach, ja, ist purer Genuss. Ihr seht, ich bin total begeistert. Aber das ist, das ist immer bei so kleinen Büchlein oder eben auch so Mixed-Media-Sachen, wenn so Reste dann zu so tollen Sachen werden. Also, ja, probiert es doch einfach mal aus. Und ihr werdet sehen, ihr werdet mich total verstehen. Euch wird es genauso gehen. Also keine Reste mehr wegschmeißen, sondern einfach daraus wieder was Neues, Schönes kreieren. Ja, ich lasse euch jetzt, wie gesagt, so sehen. Und, ja, viel Spaß dabei. 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 Ja, viel Spaß dabei. schon ist es fertig. Ich wünsche euch viel Spaß bei den Detailansichten und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.